Wir sind mit dem Orchester der Wiener Symphoniker jetzt das siebzehnte Mal hier in Japan zu Gast, wie Frau Ito gesagt hat, das war 67, das erste Mal, das heißt wir feiern unser fünfzigjähriges Jubiläum, die Tournee. Ich freue mich sehr, dass wir das erste Mal mit unserem jetzigen Chefdirigenten Philipp Idaudar hier sind. Und als kleine Überraschung, ich habe mir angeschaut, was wir 1967 mit Wolfgang Tawarisch hier in Japan gemacht haben. Man hat festgestellt, auch damals war Beethoven's fünfte Symphonie mit einem Programm. Ja. 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 Die Fünfte Symphonie von Beethoven ist übrigens das meist gespielte Werk in unserem Repertoire. Wir haben insgesamt fünf oder vierundzwanzig aufhörungen gezählt. Also es gibt kein anderes Werk was so repräsentativ für unser Repertoire ist. Ich freue mich, dass es neben Brahms' Erste Symphonie und Mahler's Erste Symphonie auch dieses Mal wieder mit am Programm steht. Ich freue mich, dass es neben Brahms' Erste Symphonie und Mahler's Erste Symphonie auch dieses Mal wieder mit am Programm steht. Und aus Anlass der T-Serie Gintournee haben wir uns etwas besonders einverstanden. Die Unterhalten seit fünf Jahren ein eigenes CD-Level. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben eine sehr gute Frage. Ich freue mich sehr, dass ich mich sehr glücklich fühle, dass ich mich sehr glücklich fühle. Aber heute gibt es eine spezielle Begründung. Ich bin schon seit 5 Jahren ein独自ines Level. Ich möchte Sie den CD-Label vorstellen. Dieses Level ist hier in Japan im Vertrieb von Naxos. Wir haben im Frühjahr des jahrigen Jahres ein Projekt gestartet, das nennen wir Road to Beethoven. Sie alle wissen, dass 2020 das Jubiläum von Ludwig van Beethoven ansteht. 250 Jahre Jubiläum. Aus diesem Anlass haben wir im Frühjahr im März und April im Musikverein alle neuen Beethoven-Symphonien aufgeführt. Und diese Konzerte aufgezeichnet. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Die erste CD von insgesamt fünf CDs, die wir jeweils in halbjahres schlitten, deswegen Road to Beethoven, Weg zu Beethoven, bereits veröffentlicht haben, die Ihnen hier vor, die ist gerade erschienen, speziell und ganz speziell, also exklusiv jetzt für Japan gibt es hier eine Doppel CD mit den Symphonien 1, 3, also es ist diese CD nochmal und auch schon die CDs 4 und 5, also die zweite CD, die exklusiv hier in Japan jetzt nicht nur in Japan, also einen Monat ist Japan, also nicht nur zeitlich gesehen, sondern auch, dass diese CD anbelangt 今回このCD2つのバージョンがあるんですけど、こちらの方が日本のエクスプロシブな、日本独特のバージョンということになりまして、WCDになります。 第1版の方の1版と3版、そしてすでに第2版のCDの4版と5版を網羅しているということで、これは全世界に先駆けて日本で公表されているものですので、 他の他の全世界に先駆けて時間的なものだけではなく、このCDの公表ということにおきましても、日本は世界に比べて1か月以上先駆けて公表させていただいているということです。 unser Publikum in Wien muss sich also noch vier Wochen gedulden。 ということは、私どもの故郷のWienの聴取はあと4週間待たないので、これが手に入らないといけないと思います。 ということは、私どもの故郷のWienの聴取はあと4週間待たないので、これが手に入らないといけないと思います。 とにも今日は全世界から konversしたテーライブです。 お話を祇りするようなことに楽しむきです。 私たちはほとんどとの máquinaの作戦争を楽しむことを、私たちのコンセレフィスプライドと言われると、 私たちは、私たちのコンセレフィスプライドのインズは、このコンセレフィスプライドと一つのコンセレフィスプライドの実験があること、 カウトさんがそれぞれのコンセレフィスプライドというディア evergreenが。 Vielen Dank. 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 Also, in diesem Jahr, in 1月, wir haben die Konzerthausen mit dem Betoven-Tiklus und den Betoven-Tiklus und den Betoven-Tiklus und den Betoven-Tiklus. und die künstlerische Notwendigkeit dieser Aufnahmen dieses Zykluses ist jetzt im Jahr 2017, vor dem Beethoven Jahr 2020, sozusagen eine Verbindung zu finden zwischen dem traditionellen Wiener Klang und der Wiener Klang Tradition mit den speziellen Spielweisen, der speziellen Frasierungen, den speziellen Instrumenten, die wir natürlich haben, wie Wiener Oboe, Wiener Horn, Wiener Pauken, aber auch das Spiel der Wiener Streicher mit ihrer, wie gesagt, sehr sinnlichen Art und sinnlich süßes Spiel, was dem sehr gut tut, aber in Verbindung mit diesem Wiener Klang die zeitgemäße Vision von Beethoven, wie wir es heute im 21. Jahrhundert sehen, Also diese Verbindung ist mir sehr wichtig, das heißt, Beethoven weniger als Monument, sondern als Mensch darzustellen, auch die Partitur wieder klarer zu bringen, natürlich mit Erkenntnissen, die wir aus der Original-Klangpraxis gewonnen haben, ein scharfer, ein kantiger Beethoven, der aber auch Lyrik zulässt, deswegen haben wir jetzt den Schubert-Zyklus gemacht, und wie gesagt, diese Wiener Lyrik, das Gesangliche, aber auch das Tänzerische in Beethoven herauszuholen, aber es soll natürlich auch durch diesen Bartholz-Zyklus eine gewisse Radikalität bei Beethoven, also eine gewisse Elektrizität, eine gewisse Kantigkeit, Ecken und Kanten, die bei Beethoven auch sehr wichtig sind, auch die Annäherung, möglichst starke Annäherung an die Original-Metronom-Zahlen bei Beethoven, und dies in Verbindung mit dem Wiener Klang der Wiener Symphoniker, erlaubt uns sozusagen eine eigene Vision der neuen Beethoven-Symphonie zu unserer Zeit zu geben. 今度はアーティスティックな観点から申し上げますと, この2017年に今なぜ Beethovenなのかという必然性を考えますと, 2020年 Beethoven-Ihrerのそれを目前にしてですね, 私がまたやはりそのウイン教特有の伝統的な Beethoven, それから今の21世紀における Beethovenといったものの組み合わせ、 コンビネーションというものを考えました。 例えばウイン教特有のものとしましては、 例えばそれが音楽的なものであったり、フレージングであったり、 それから当然私どもが得意としている特有の楽器ですね、 例えばウインの大声、ウインのホルン、ウインのティンパニーといった、 そういった楽器を使ってでの演奏というものが, Beethovenなら非常に欠かせないものだというふうにも考えております。 それと同時にですね,そのウイン特有の非常に感情的なもの, それからどちらかというか少し甘いテイストを持ったような, そういう音色を引き出すことができればというふうに考えております。 そしてそれを今21世紀において再現することによって, この Beethovenのモニュメントとしてではなく, 非常に人間として私どもの方で表現ができるのではないかというふうに考えております。 Beethovenのオリジナルな音色, その中にはシャープな部分もあれば, また非常に序章的な部分があると思うんですね。 例えば一番最初にシューベルトを演奏したときに, やはりその序章的なものを追求していったところ, そしてまた逆にその Beethovenは非常に電気的なところですとか, 何かのところを追求するために, この次はバルトークのツイクロスをやったものですが, そこには例えば角の部分、角々しい部分ですとか, Beethoven特有のシャープな部分というものに 近づくことができたのではないかと思います。 それでその上で私どもウィン教の持っている オリジナルな音色でのキュルコのシンフォニー 高校曲を再現したいというふうに考えて 私はそこでできると信じてやります。 高校に進展したいです。 第一部はパランスシンフォニーのオリジナルによるヌスが 一般的などのヌスの文章に出演出ができるようか ともそこに進んでいますが、 パランスシンフォニーのインを抗しています。 mich eine sehr, einfach sehr beglückende Erfahrung als Deligent und Künstler mit diesem Orchester das realisieren zu dürfen und das natürlich hierher zu bringen, bringen zu können. Dazu natürlich freue ich mich auch, möchte ich nochmal geholen, dass wir mit Daishin Kashimoto arbeiten können. Ich habe leider mit ihm noch nicht gearbeitet, aber als mir vorgeschlagen wurde, dass er die Tournee mit uns macht, habe ich sofort Ja gesagt, weil das ein großartiger Künstler ist, aber auch für uns als Orchester in der Zusammenarbeit sehr, sehr bereichernd, weil er natürlich nicht nur ein phänomenaler Geiger und Solist ist, sondern einfach auch als Konzertmeister einfach auch das Orchester in und auswendig kennt und das ist einfach für uns in der Zusammenarbeit einfach sicher eine ganz, ganz große Bereicherung, auf die ich mich sehr freue. Vielen Dank. 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 私は自分が指揮者でありアーティストでありながら、この人たちを文教と一緒に表現できるということを非常に心から読んでおります。 また、柏本大臣さんという非常に偉大なアーティストであり、バイオリニストである彼との共演というのをとても楽しみにしております。 残念ながら今まで彼と共演する機会に恵まれていなかったのですが、このお話をいただいたところには即イエスという返答をさせていただきました。 彼との共演というのは、このオーケストラにとっても私にとっても非常に充実した、今後のことを考えてもとても充実度を増すものになるのではないかというふうに考えております。 彼はバイオリニスト、そしてソリストとして素晴らしいものを長けているだけではなく、当然オーケストラのコンサートマスターでもあるということで、オーケストラを知り尽くしているバイオリニストである。 その彼と一緒に共演できるということは、お互いにとって非常にプラスになるような、そういう相乗効果も出てくるようなものではないかというふうに考えていますので、繰り返して申し上げますが、非常に今回の来日、これをお楽しみにしております。 今日は私たちは日本のご飯の声を聞いてあります。 彼は私たちも最初、私たちがお両 ACを作っている東京に関しております。 この動画で試してほしいです。 Vielen Dank. また日本のコンサートのオーガナイズ旅行、そしてまた日本の聴衆の素晴らしさについて、かなり聞きを読んでまいりましたので、今回の来日公演、本当に心に楽しみにしております。 マイスクリックジョーラのお話を聞いてますます日本ツアーの機会が高まったところで、ぜひ今日ご参加の記者の皆様からご質問、何度もぜひお尋ねください。 挙手をしていただいて、ご所属とお名前をお願いいたします。 もう一人よろしくお願いいたしますけど、二重規制的なベントレーというお話が出たんですけどね、今回演奏される碁盤についてですね、最初の四つの音に対してシントランはですね、デシントラン、運命の鳥を叩く音だという風な、捏造された逸話が残っているもので、どうしても重いものとしてですね、これまで演奏されてきたわけですね。 最近では運命というタイプでも使わないことが多いわけですけども、そこら辺はどのように解釈して演奏されるわけでしょうか。 どんな奏の音をやり方を自衛するかもしれませんか? 私たちは実際に患者の音を特に思い出しています。 自衛者の音をとっても、自衛者の音を釣らされるかもしれません。 そこは色々な音を勉強しているかもしれません。 このようには、私たちは飛行者の音を使っていますか? 私たち、私たちは、いつも伝統的に? 私たちは、あなたを知らせているわけです。 結構によりもルーツをたてることができるのに役があるのなってます。 Aber ich empfinde aus dem Zeitgeist Beethovens heraus, in der Zeit, die er gelebt hat, das vielmehr als eine Revolutions-Sinfonie. Das sozusagen dieses Kochen, der Anfang dieser Sinfonie, gar nicht so etwas, das Schicksal ist, das auf einen zukommt, sondern das ist eher Beethoven, der kämpft. Das ist ein Freiheitskämpfer, der aus den, wie in Fidelio, wenn man das so will, in den Ketten legt und versucht, sich zu befreien. Im zweiten Satz über das Gebet oder über die Religion oder ein Glauben hofft, dass etwas passiert, bis im letzten Satz dann natürlich die Befreiung kommt, ähnlich wie in Fidelio. Plötzlich sozusagen diese politische Befreiung. Deswegen ist es interessant, was auch Harnon Hurt das sagte, das ist die politischste Sinfonie von Beethoven. Warum stand jemand auf damals in Paris bei der Uraufführung und rief, vive l'Empereur, das lebe der Kaiser, in dem Fall Napoleon. Das war etwas unglaublich politisches. Auch das Motiv dann im letzten Satz, da wird dauernd mitgesungen, la liberté, la liberté, die Freiheit. Also es ist interessant, aus dem heutigen Blick, wegen dem, was wir jetzt mehr wissen, aus dem Zeitgeist, diese Sinfonie neu zu beleuchten. Und dadurch bleibt Beethoven spannend. Wir finden immer wieder neue Bezüge. Vielen Dank. Vielen Dank. なるでフィデリオが例えばチェーンの中に鎖にも縛られていたところ、 そこからいかに自分を解放しようかと考えていたようなもの。 そして第2学章の中にはほとんど宗教的な祈りのような そういう旋律が出てくるのではないかと考えております。 そしてまた最終学章においては、逆にその自由への解放といったものが明らかであります。 ということでアーメンウィ・ボroも言っていたんですけれど、 das sei auch nicht an der Zeit, und natürlich. Das ist es sehr wichtig, dass es nachdem, dass man sich die Menschen in der Zeit der Kunde aufbauen, dass man sich die Menschen in der Kunde aufbauen kann, dass man sich die Menschen in der Kunde aufbauen kann, dass man sich als erneutisch nicht in der Kunde aufbauen kann. Und das ist auch, dass die Bein-Torben-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz. Und die Bein-Torben-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-Benz-B Es ist sehr spannend für mich diese zwei, die denselben Zukunft mit zwei verschiedene Orchester aufzunehmen. Natürlich in Paris ist es ein Opernorchester und natürlich spielt dieses Orchester viel seltener. Also insofern war das für meinen allerersten Gesamtzyklus, den ich zum ersten Mal als Ganzes gemacht habe, war das schön mit einem Orchester zu machen, dass das entdeckt, diese Musik. Weil außer die 9. Beethoven spielen die sehr wenig Beethoven. In einem zweiten Schritt das dann mit den Wiener Symphonikern zu machen, die sozusagen diese Musik in der DNA haben. Das ist einfach in deren Genen, es ist in der Spielweise, die empfinden, das ist halt eine Natürlichkeit, die das Pariser Orchester natürlich nicht haben kann. Die haben andere Vorzüge, die wunderbar funktionieren. Gerade das Opernorchester sind ganz tolle technische Vorzüge. Ich bin sehr, sehr glücklich mit dieser Aufnahme. Nur was man merkt, wenn ich das jetzt mit den Wiener Symphonikern mache, ist dieser Sinn für den Klang, dieser Sinn für Phrase. Man muss diese Musik manchmal nicht erklären, die fängt von allein an zu leben, zu spielen. Man spürt, das ist im Orchester drin. Da muss man nicht als Dirigent Ideen geben, damit es dann irgendwie funktioniert, sondern da ist schon so viel da. Und natürlich mit einem anderen Klang. Das Pariser Orchester hat diesen wunderbaren, transparenten, französischen Klang, während dem die Wiener Symphoniker zwar auch transparent, aber einen ganz anderen, farbigen, sinnlichen Klang haben. Und einen sehr musikantischen Klang auch, was die auszeichnet. Also die Ansätze, die ich hatte, sind mehr oder weniger dieselben. Nur natürlich, man entwickelt sich auch weiter natürlich. Man sieht vieles zwei Jahre später anders. Oder man kann noch weiter gehen, man kann noch radikaler den Weg gehen, man kann sich mehr trauen, um Resultate zu erreichen. Und ich habe da bei den Wiener Symphonikern einfach das Glück im Orchester, das einfach 100% mitspielt und in diesen Weg mitgegangen ist mit großer Begeisterung. Und deswegen hat diese Aufnahmen so viel Sinn, dass wirklich das CDR zu spielen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Also, im鏡の場合には,例えば音色であったり,それからフレーシングであったりとした場合に、 私の方からいちいちそれをこのような解釈であるという説明する必要がほとんどないわけなんですね。 つまり指揮者としてこうしよう、あんしようというアイディアを出す前に、 これはもう桶の中から生まれててくる非常に自然なものがあるというふうに感じました。 私の方からいちいちそれをこのような解釈であるという説明する必要がほとんどないわけなんですね。 つまり指揮者としてこうしよう、あんしようというアイディアを出す前に、 これはもう桶の中から生まれててくる非常に自然なものがあるというふうに感じました。 ということで、もちろんパリの音というのは、例えば非常に透明性の高い、 とても素晴らしい、透き通ったようなそういう音色があるわけなんですが、 臨境の場合にも、もちろん透明性のある、それに加えて非常に色が強い、色が濃い、 そしてとても音楽的な、音楽特有のものを大切にそれが言ってくるようなそういうものだというふうに考えました。 もちろん私自身も、この2年間という時間の間にはまた自分自身が変わっていきますし、 おそらく私はもっと成長を遂げているのではないかというふうに考えています。 ですので、例えばこういったチャレンジをしたい、そしてこういった冒険をするということが、 今回の影響とはかなったのではないかと思いますので、 この100%と言っていいほど、その中から音楽を生み出してくれる、 ウィンキョーとこのCDを録音できたというのは、私にとっては非常に幸運なことだと考えています。 以上です。 ありがとうございました。 ありがとうございました。 まず最初のメリットというのは、録音する内容を自分たちで決められていると言っています。 Und für mich ist der Vorteil eines eigenen Debets auch, dass wir das sehr schön einbauen können in den gesamten Mix unserer Kommunikationsaktivitäten, weil das ist ja alles ineinander und muss alles ein bestimmiges Ganzes ergeben. Also für uns ist so eine CD vor allem auch ein Mittel der Kommunikation. Ich sage immer, die CD sind eine andere Form des Reisens für unseren Orchester und wir erreichen mit solchen CD noch mal viel mehr Menschen, als wir das nur mit den Konzerten allein erreichen könnten. Ja. 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 haben aber, und da wird mir Philipp sicher zustimmen, Aufnahmen und vor allem auch Aufnahmen von Werken, die schon sehr oft aufgenommen wurden für ein Orchester wie uns, eine sehr sehr wichtige Funktion, wenn es darum geht, unser Verhältnis zu Beethoven und auch die Art, wie wir Beethoven spielen, immer wieder neu zu formen, zu entwickeln, zu hinterfragen und das ist eine lebenslange Auseinandersetzung mit diesem Kernkomponisten, mit diesem Kernrepertoire, mit dem wir natürlich als Wiener Orchester ganz ganz eng verbunden sind und da steht Beethoven logischerweise an erster Stelle. Ja. 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 쪽 gibt У sensitive ameners. Jegom encanta. Jeopardyakön. Ich habeille versetelt ver spiders. Ich finderaktik. Ich denke, wir这样 inform��는ями. Neutral auch nach alemoo. Ich finderakt HokEdge. Ja. Jeśli Cruise. Ich fische. owoz. Ich finderaktik und ja개를- Und. Manchmal das Gefühl, dass Japan vielleicht nicht gerade der wichtigste Markt mehr ist in Asien, fühlen wir manchmal, aber wie ist das von innen aus gesehen, wie ist der Japan-Markt überhaupt? Also aus unserer Sicht ist, Japan und das bestätigt sich auch mit dem Label. Japan ist nach wie vor der wichtigste Markt in Asien. Und gerade wenn man die Länder miteinander vergleicht, wir waren jetzt im März, April, waren wir auf einer großen China-Turnie, jetzt sind wir in Japan und fahren anschließend nach Korea, sieht man, dass es da unglaubliche Unterschiede gibt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Also Japan ist der Markt der uns eigentlich am ähnlichsten. insofern, dass er gestützt wird, also CD-Markt, gestützt wird durch ein sehr, sehr entwickeltes Konzertleben und gleichzeitig auch immer noch sehr, sehr physisch, sehr oft CD-basierend, wenig im Vergleich zu anderen Märkten digital. Und das ist bei uns in Wien und Österreich, Deutschland ist das auch ganz ähnlich so. Also da gibt es sehr viele Parallelitäten und vor allem, was Japan nach wie vor auszeichnet, ist einfach der sehr hohe Kenntnisgrad des Publikums und der CD-Käufer, wo Japan, glaube ich, immer noch uneinholbar auf erster Stelle steht, wenn man es beispielsweise mit China vergleicht. China ist ein sich sehr rasant entwickelnder Markt, aber in der Beziehung natürlich überhaupt nicht mit Japan vergleichbar, weil der japanische Klassikmarkt hat sich über viele, viele, viele Jahrzehnte, fast 100 Jahre entwickelt und dementsprechend gibt es hier auch ein ganz anderes Musikleben als das in China überhaupt wirklich ist. und das ist auch ein sehr, 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 sehr wichtiges Markt. Und das ist die Massen- und Konsern, Fertigungen, die constraints der Töne und王icas, sehr schönes Markt haben, und dann gibt es auch ein wenigstimes, und dann nachbüs impellt für die Stand- und Schwerbe auf einen anderen�feniten. Die Strecke im Klampe ist ein bisschen zu finden, das ist auch ein paar Jahre nachdemokratischen Markt, Und dann diese Wiener, oder so für uns auch in Deutschland, wo es also wieder rechts in Klampe ist wichtig, Und dann sind wir noch die D-Löge 현ca die Leute hierzu. Wir können da es dann der Freedom- und wir haben, Vielen Dank. 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 , Vielen Dank. Vielen Dank.